Prinz Harrys Memoiren sollten eigentlich Ende diesen Jahres erscheinen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. will er nun jedoch einige Änderungen an dem Buch vornehmen. Ich schreibe dies nicht als Prinz, als der ich geboren wurde, sondern als Mann, der ich geworden bin, kündigte der Herzog von Sussex sein Schriftwerk an. Aufgrund dieser Aussage rechneten viele bereits mit einigen schockierenden Enthüllungen, die das Buch offenbaren könnte. Dies scheint auch der Grund zu sein, weshalb Harry so kurz vor der Veröffentlichung einige Änderungen vornehmen will. Laut Daily Mail befürchtet der Prinz, dass viele Abschnitte der Memoiren so kurz nach dem Tod der Queen nicht sonderlich gut ankommen könnten. Dieser Wunsch könnte dem Verlag Penguin Random House jedoch Probleme bereiten, denn eigentlich sollte das Buch schon sehr bald veröffentlicht werden. Ob es für die Anpassungen nun zu spät ist oder sich das Veröffentlichungsdatum verschieben wird, bleibt vorerst abzuwarten.